Er hat seine Arbeiten mit bestmöglicher Sorgfalt vergespürt. Der stellt sich aber auch so hin, dass... AHHHHH! Stift! Ist doch mal ein bisschen über meine Steilkappe gefahren, oder? So, Fertigwand-Dings noch. Fertigwand-Fabrik. Und dann fahr halt da hin. Oh, oh, oh. Hast du selber in den Raum gefahren hier? Versuchst du dich selber anzuhängen? AHHHHH! Steh dir das vor! Wie einfach, dass du in Zeitlupe rumdrehst. Und oben der Riesengrad vorne an der Spitze wahrscheinlich 200 kmh. Ist das geil. Oh, ne. Ne, ne, ne. Kranplatz? Puff! Wow! Oh, pff! Äh... Warum fickt denn hier mal Auto durch den Wald? Das hat sich für den Chef nicht, ja? Wer nicht mehr. Kann das einfach nicht mehr hier. Ich muss kurz telefonieren, im Moment. Ich kann das einfach nicht mehr. Stift! Ist doch mal ein bisschen über meine Steilkappe gefahren, oder? Herr Müller? Ja, ich hab' die Schuhe. Ich hab' nen Unfall zu melden. Mach' ich den Junge! Mach' ich den Junge! What case? Ah, das sieht gut aus. Das hat er nicht gemacht. 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 Ne, ich geh' jetzt heim. Das war's. Ganz ehrlich, jetzt ist Schluss. Hab' dir Bock auf Dosern oder Case? Ne, ich hab' auch gar keinen Bock mehr auf der überhaupt die auf Baustelle mit ihm. Ganz ehrlich. Das wusste ich nicht. Also den Radlader mieten, oder? Ich komm' zurück. Radlader mieten, hallo? Das war die Erde abtransportieren, man. Schön gut abtransport. Ach so, stimmt. Und? Das ist aber schwierig mit dem riesen Ding hier. Nee, warte, warte, warte. Oh! Das war das neue Gericht. Fertig! Das ist neu. Oh, scheiße. Das neue Gericht. Pizza geht's dir gut? Alles duty. Ist okay. Ich stell' mich einmal hier... Oh, ich häng'. Das geht so nicht mehr. Oh, Junge. 100 Dollar, das kann nicht gut sein. Vertraue mir. Der stellt sich aber auch so hin, dass... Ah! Das ist bestimmt nie genug. Oh nein, der warst 8 Minuten. Ich will abmoderieren. Oh, ich kann's nicht mehr. Ich geh mal Kies holen, tschau. Fahr da hin, Mensch, wir müssen das Zoll mit... Ach so, war mal schon. Nee, schon weg, ich geh Kies holen. So, der Kran ist bereit. Der Kran ist bereit? Der Kran ist bereit. Ich warte auf euer Scheinen. Ist er aufgebaut? Wo geht das denn hierher? Der Kran ist aufgebaut, yes. Wie, wo geht's? Guck mal, wo der Kran steht und wo wir sind. Ja, ist doch gut. Guck mal, da oben ist der Kran. Och Mann, Jupp, ey. Wo fahrt ihr denn lang? Links! Warum fahrt ihr auf der anderen Straßenseite? Und warum fahrt ihr durch den Wald? Ja, weiter ab. Au. Aua. Oh, wow. Wenn ihr euch jetzt aufgebockt habt, ne? Ich hol euch da nicht raus. Warum wiese nicht weiter links gefahren? Weil der Syrius ist. Hängst du jetzt ernsthaft in den Bäumen? Während daneben eine freie Lichtung ist? Naja, auf der Wiese war schon rutschig, fand ich. Oh, guck mal. Rechts. Guck mal einfach, tschack. Fahrt durch die Lichtung. Halt dir vor dann, Junge. Guck mal schnell, wo Sprit ist. Ein bisschen out of Sprit. Wir haben auf dem Weg dahin keinen Sprit. Kannst du trotzdem mal gucken? Ja, wir haben einfach Sprit, wenn wir da weiter geradeaus fahren. Ja, ist doch super. Können wir doch gleich sagen. Einfach geradeaus runter. Einfach geradeaus runterfahren. Oh, Alter, hör auf, zu schmatzen und zu grünen. Es kann, oh, nee. Entschuldigung. Weißt du, ich hab damals die Abmahnung bekommen für die Scheiße, weißt du, ja? Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Oh, warte mal, mein T-Shirt ist, warte ich. Ja. Lass es da drauf. Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Schmatzen der Menschen. Oh, ja. Schmatzen der Menschen, die gehören, und keine Ahnung, und wovon ihn weg. Wenn er sich gleich sofort schmerzt, dann zieh ich dich in die Goldreine, hau dich in den Ding rum. Verlappt, scheiße. Danke. Und so, und Rainer. Geht's. Okay. Ich planiere mit Mannen auf. Oh Gott, ich hab echt ein bisschen Angst. Die ist nie immer satt. Nicht nur du. Ich friss die Ende einfach rein. Ich gehe recht auf, wenn so muss sein. Ja, ich landiere mit meiner Raub. Den Boden einfach platz. Was macht ihr? Schreien Sie mich nicht an. Hallo? Ich bin Ihr Navi. Ja, mach mal Musik an, Navi. Bumm. 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 Mama Lauda! Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda! Mama Lauda! Bitte der Straße 468 Kilometer folgen. Es kommt! Es ist die einzige, die wir sehen. Nein, ich will nicht! Ich kann nicht beunen. Ich werde nicht beunen. Wir werden nicht beunen. Nein, ich kann nicht stehen. Aber nein, ich kann nicht, du bist! 1 bestebooks verurteilung fack r когда durch die die sparte sehr Ernst 9 etwas schon wieder ja juli ist ja kein privatveranstaltung hier wenn du mal einweisung brauchst dann sagt bescheuert auf jeden fall morgen ich mit dem baus und direkt museumsdirektor wir hatten werden den scheiß mulden ding auf den gelegt weil er du musst sobald jetzt kann es ja hinterfahren ich hatte keinen platz mehr ist aber platz spannend platz spannende variante kann man nicht sagen ja so gut und diesel sparen weißt du was hast du so gut gemacht ganz ehrlich mitarbeiter vorarbeiter sein tempo anpassen ich denke auch er war immer stets bemüht oh mein gott kiste nummer es geht nicht schnell kommen wir schnapp uns den hupwagen kommen lässt die kiste mit dem hupwagen holen hier genau genau aber sie werden die bestätigt hier ist ja festgespaxt was mensch da werden aber der festgespaxt das ding johannes recht irgendwie angewachsen unglaublich oh mein gott er hat die nächste kiste schon am haken jetzt guckt euch das doch an er hat seine arbeit mit bestmöglicher sorgfalt er war stets bemüht sich in das team zu integrieren ja das hat dass er sich auch fühlt ne überrot gefahren ist auch was sie das gesehen ob ich nicht sag sie das auch guck mal wieder durch die stadt er hat da die ganze pflaster raus ja ich kann es alles nur überhaupt nicht für das gewicht überhaupt nicht für das gewicht sehr viel zu wenig schade da hinten jetzt geschafft aber bist du wieder vor das werbe gefahren aber ein bisschen rutschig hier glaube ich war sag mal wie schnell fährt der scheiß gerade jetzt mal ohne witz schneller ist dein hinterteil ja ja